Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Forever Skies. Ich habe Offscreen mal ein bisschen Ressourcen gesammelt. Hatte ich ja glaube ich angekündigt und auch erstmal nach eurer Meinung gefragt, aber jetzt eigenmächtig gehandelt. Ich habe hier nämlich ein bisschen Metall und synthetische Materialien eingelagert und auch viel mehr noch in meinem Inventar, aber die Truhe bzw. Lagerkiste bietet ja leider nicht mehr Platz. In der heutigen Folge wollen wir uns dann mal ein Ausrufezeichen aussuchen und es hoffentlich auch besuchen. Ich würde fast sagen, dass da hinten könnte man am ehesten ansteuern. So, kommen wir erstmal auf eine gewisse Höhe und gehen auf Kurs. Äh, nicht ganz so weit. Ich muss mal gucken, dass ich das Radar eventuell mal noch woanders hinsetze. Ist ja ein bisschen umständlich, da immer hoch zu gucken. So, wir sind jetzt auf halbwegs direkten Kurs. Was? Was? Ich habe nicht nachgetankt? Okay, Moment. Moment. Da habe ich mich jetzt um die ganzen Ressourcen gekümmert und habe ernsthaft nicht nachgetankt. Aber gut, ich hatte den Treibstoff schon hergestellt. Also ist das jetzt weniger das Problem. Und weiter geht's. So, jetzt aber direkter Kurs. Und Geschwindigkeit locken. Boah! Was kommt denn da angeflogen? Hilfe! Gucken wir mal, dass wir unterwegs wieder ein paar Metalle mitnehmen. Von denen habe ich nämlich nicht ganz so viele. Huch! Kommt er hier nicht einfach an meine Schussbahn geflogen? Hm? Das kann ich gar nicht. Jetzt kann ich. Hä? Hä? Wieso geht denn das nicht? Warte mal. Moment mal. Darf ich dafür etwa nicht fliegen? Also... Ihr wisst, was ich meine. Also mich nicht bewegen. Hm. Hier kriege ich auch gar kein... Jetzt kriege ich eins. Tatsächlich. Oh. Oh. Ähm. Entschuldigung. Das war noch nicht geplant. Ich wollte nur die Metalle. Entschuldigung. Ich darf mich tatsächlich nicht bewegen. Oh. Oh. Ja, von den synthetischen habe ich, ähm, von den synthetischen Materialien habe ich mehr als genug. Daher bin ich gerade eher auf die Metalle aus. Jetzt habe ich ein Gebäude zu meinen Sturz gebracht. Das ist ja nicht so nett. Trinken wir mal ganz kurz, bevor es weitergeht. Und setzen gleich mal neues Wasser an. Oha. Kommt schon wieder ein Gewitter. Und irgendwas ist gerade mit uns kollidiert. Aber ich sehe keinen Schaden. Boah. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier so durch kann. Vielleicht, ähm, sollte ich... Wäre das, glaube ich, eine gesunde Entscheidung, drumherum zu fliegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir über dieses Gebäude hinweg können. Oh. Was haben wir denn da? Moment mal. Mein Raumschiff ist beschädigt. Was? Also. Mein Luftschiff. Entschuldigung. Ich meinte, mein Luftschiff ist beschädigt. So viele Sachen konnte ich mich gerade wieder abdecken lassen. Ich wollte zum Ausrufezeichen. Aber ich glaube, wir brauchen... Ähm. Ähm. Äh, okay. Ich habe schon wieder ein Gebäude fast zum Einsturz gebracht. Und eigentlich auch fast in meine Richtung. Ich komme ans Kupfer nicht ran. Ich muss mal wirklich noch eine Turbine herstellen. So. Dann drehen wir uns ein bisschen. Damit ich ans Kupfer komme. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Ich weiß nicht, wie selten Kupfer ist. Bisher haben wir es nur in solchen Windanlagen gefunden. Da will ich es schon gerne... ...haben. Ich möchte es haben. Ich möchte alles haben. Ich möchte alles besitzen. So, jetzt bringen wir uns mal wieder auf Kurs. Erst mal an diesem... ...bestimmt sehr sicheren, nicht einsturzgefährdeten Gebäude vorbei. Sehr gut. Die Turbine ist fertig. Und wir haben nur noch 1,4 Kilometer zwischen uns und dem Ziel. Da kann ich doch jetzt bestimmt... Ah! Ähm, hörst du bitte auf? Könnte ich generell mal woanders langfliegen vielleicht? Also wirklich. Stimuliert hier mein schönes Luftschiff. Hm. Ich würde ja zu gerne die Turbine eigentlich da drüben anbringen wollen. Auf der anderen Seite. Genau dasselbe. Was? Luftschiffballon vergrößern. Oh! Ach, können wir das vom Gewicht her gar nicht mehr? Oh! Ach, ich habe gar nicht alles... ...erkundet? Nur 30 Prozent? Da muss ich bei Gelegenheit mal gucken. Aber ich lasse mich schon wieder ablenken. Also, was ist jetzt... Was ist mit erweitern? Wo steht das? Im Ballon erweitern. Nicht genügend Auftrieb. Ah, da oben steht's. Plus 15. Wir wären eigentlich noch nicht so schwer. Ja? 97. Ah, doch. Doch, wir kommen über 500. Hm. Gut. Dann dürfen wir das erst mal noch nicht machen. Schade. Wir nähern uns. Sehr gut. Was? Hört doch auf. Könnt ihr nicht ausweichen? Ihr seht doch, dass ich hier lang fliege. Ich habe nicht so viele Flicken. Und da sind sie schon aufgebraucht. Ich brauche dringend mehr Flicken. Ich hatte nämlich auch offscreen eine Konfrontation mit einem Sturm, der der Meinung war, ich demoliere einfach mal alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist oder beziehungsweise noch intakte Teile an einem Luftschiff hat. Nutzen wir das doch mal aus, hat sich der Sturm gedacht. Das fand ich tatsächlich nicht so prägend. Wie ihr euch sicher denken könnt, aber ja, der Sturm sah das anders. Und er hatte ein paar durchschlagende Argumente. Das hat mich ganz schön viele Flicken geröstet. Ich glaube, ich musste sie drei, vier Mal nachproduzieren. Bitte jetzt bitte mal auf. Mein armes Luftschiff. Kann ich das irgendwann mal verstärken, dass es nicht gleich von jedem synthetischen Ball Schaden nimmt? Ich würde es jedenfalls begrüßen, wenn es möglich wäre. Hast schon wieder Kraftstoff aufgebraucht? So knapp vor dem Ziel. Äh, Kraftstoff war da. Ich weiß, ich könnte jetzt auch diesen synthetischen, äh, also dieses Heliumzeug benutzen. Aber ich bin damit noch sparsam, weil ich auch noch nicht weiß, wie häufig Helium vorkommt. Ich hoffe, es hat keine negativen Auswirkungen für die Umwelt, dass ich jetzt hier diesen, ähm, durchaus nicht gesunden Kraftstoff benutze. Da ist das Signal. Da kommt's her. Das sieht schon wieder verdächtig hoch aus. Ähm, bitte fliegt vorbei, fliegt vorbei, fliegt. Nein, 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 nein. Ah! Das ist doch... Und die Flicken sind schon wieder. Ach, schön. Das wird mir noch öfter passieren, habe ich so das Gefühl. Ach ja, Metalle. Ich brauche dringend mehr Metall. Und ich würde gerne beim Produzieren auch sagen können... Oh Gott, ich bin am Kollisionskurs. Ich würde beim Produzieren auch gerne sagen können, ich will mehr davon produzieren als nur diese eine Einheit, beziehungsweise, okay, die eine Einheit besteht aus fünf Flicken, aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde gerne mehr als fünf herstellen können. Ach, hier ist so viel Metall. Oh Gott, ich muss das dringend reparieren, wir qualmen schon. Hörst du, geh weg! Bist du irre? Hört ihr auf! Was ist los mit euch? Was habt ihr gegen mich? Wollt ich euch einsammeln, oder was? Kein Benimm. Noch irgendwas beschädigt? Ja. Okay, der Rest sieht in Ordnung aus. Ich mach mal noch so ein Deck-Extraktor, wie ich das kann. Ich müsste noch einen Transformator haben, weil es ja durchaus mal vorkommt, dass ich das auf der anderen Seite mitbenutzen muss. Gerade hier drüben. Huch. Moment mal. Was wird denn das hier? Ich wollte da drüben parken. Das Metall einsammeln. Ja. Ich komm gar nicht dazu, meine Sätze zu wenden. Also. Diesen Extraktor würde ich nämlich ganz gerne hier positionieren, dass wir auch von hier aus extrahieren können. Dazu muss er hier einmal weichen. Dann brauche ich den Schiffsbauer. Und ich mach mal noch so eine Platine. Was? Nein, nicht dort. Möchte ich das falsche? Ach, Steg brauche ich. Genau. Kann nicht von innen. Möchte ich ja auch gar nicht innen. Ich möchte es hier. So, und dann könnten wir hier... Boah. Ich weiß nicht, will ich das? Wir ja schon hier dran vorbeikommen. hier könnten wir jetzt den Extraktor setzen. Ähm, der ist da. So, und dann haben wir hier einen Rundumblick. Oh. Und können die Metalle hier einsammeln, die auch in Reichweite sind, natürlich. Ich würde gerne einen Zaun bauen oder sowas. Ich will da nicht reinstürzen. Ah, ich möchte nicht in dieses... Auch wenn es hübsch aussieht, in diesen Sturm da unten reinspringen. Jetzt nehme ich doch den Extraktor von der anderen Seite. Hört ihr mal auf? Ich habe Vorfahrt. Motor beschädigt? Und jetzt auch noch ein Sturm. Hallo, was sollte das? Alles will mich hier umbringen. Oh Gott, und ich muss essen und trinken. Zum Glück habe ich noch was zu essen gehabt. Schnell das extrahieren und dann weg hier. Das tut man nicht alles für Metalle. Ich habe Angst. Geh weg, Gewitter. Nein! Es fällt. Oh, da unten. Dieses Gebäude ist erstaunlich solide. Gut, ich würde sagen, das ist so hart. Ich treffe. Wieder weg hier. Oh nein, schon wieder kaputt oder? Nee, ich glaube, es ist nicht kaputt. Okay, weg hier. Wo war unser Turm? Da lang. Das gefällt mir gar nicht, das Geräusch. Komme ich überhaupt in den Turm oder bin ich zu niedrig? Ist der gerade in ein Gebäude eingeschlagen? das sah gerade so aus. Ich glaube, ich muss da hoch. Wie komme ich da hoch? War ich das, wenn ich eine weitere Turbine ansetze? ich glaube, ich muss auch einen Motor mehr machen, aber einen Motor mehr verbrauche auch mehr Treibstoff. Ich glaube, ich muss da oben hin. Ich sehe da auch eine Treppe. Kann ich bitte aufhören zu gewittern? Das fühlt sich gar nicht gesund an. Das da ist keine Treppe. Ich muss da wirklich hoch. Das heißt, wir haben die Turbine dort. Ich muss einmal drum herum bauen. Wäre so meine Antwort. Du kommst nochmal weg. Steg. Baumenü. Steg. Oh Gott, und das bei Sturm. Ich halte das für keine sehr gesunde Entscheidung. Warum kann ich ihn da jetzt nicht fest... haa? Hallo? Gehst du bitte ran? Hallo? Warum lässt er sich da jetzt nicht befestigen? Weil ich da eine Wand habe? Oder? Nicht genug Auftrieb. Braucht auch gar keinen Auftrieb für eine Turbine. Oder verstehe ich gerade was falsch? Also, ich verstehe schon, dass wir zu schwer werden, wenn ich das jetzt anbringe. Aber kann ich es nicht einfach anbringen und dann sinken wir ein bisschen? So in der Art? Ach Gott, ich kann es nicht anbringen. Okay. Gut. Uah. Da müssen wir das anders machen. Ich muss anscheinend das Schiff kleiner machen. Eine andere Lösung sehe ich jetzt gerade nicht. Wir sind auf jeden Fall zu schwer. Am einfachsten wäre es hier kleiner wobei der Motor mit dran hängt. Ja, das ist jetzt dezent ungünstig. Müsste nochmal irgendwo eine Zwischenstation einlegen, glaube ich. Hier könnte ich wegräumen. Machen wir das mal. Du kommst weg. Habe ich noch genügend Platz? Du kommst weg. Das ist jetzt erst mal nur provisorisch. Das muss jetzt einmal ganz kurz sein. Ich mache es jetzt auch nicht schön. Und ich sollte vielleicht erst mal die Taschen leeren. ja, ich kümmere mich gleich drum. Jetzt werde ich hier vermutlich verhungern und verdursten beim Umziehen. Was blockiert? Warum ist denn hier blockiert? das ist ja schräg. Da steht doch gar nichts. Okay, das müsste ja gehen. Ach ja, die Poster müssen noch weg. Oh, man kann das sogar auf den Boden anbringen. Wie praktisch. sogar das Bild? Wie cool. Okay, ähm, dekonstruieren. Entfernungsmodus. So, jetzt müssten wir doch leicht genug sein, oder? da war's gerade. Ich hab's gesehen. Komm schon. Haha. Wir mussten nur die Wände abziehen. Den hebel sei dank. Ich hätte gar nicht umziehen brauchen. Äh, ich richte das später wieder ein. Okay, können wir jetzt bitte höher steigen? Oh, das sieht gut aus. Turbine beschädigt? Weswegen? Ist was gegengeflogen? scheint nur dieser kleine Kratzer gewesen zu sein. Es müsste reichen, um hier an Land gehen zu dürfen, hoffe ich doch. Hallo, ich möchte da bitte näher ran. Danke, aber nicht unbedingt kollidieren, das wäre nett. Ich bin anscheinend mit irgendwas kollidiert. Noch einflicken habe ich noch. Okay, okay. Bin gleich soweit. Lass mich kurz gucken, was hier beschädigt ist. Du bist beschädigt. Okay, mehr Flicken haben wir nicht. Also, gut, wir haben es geschafft. Yay! Durch Sturm und Winde und jetzt kann ich mir noch nicht mehr Essen holen und allen möglichen Sachen, allen Widrigkeiten zum Trotz, wir sind da. Ich schnappe mir noch kurz das Metall, das ich da... Okay, ich kann es mir nicht schnappen. Ich würde gerne die Reichweite erhöhen. Gut, also, wir sind am neu entdeckten Ort. Gewächshausturm. Ja, ja, Moment, neue Objekte können gescannt werden, alles klar, Studiemenü. Gartenvarianten, grüner Koriander, Polymer, Epoxid, mehrfingerige Rapsblüte, dicke Schlinkpflanzen, Ölfass und Verbesserungsstation. Oh, das klingt verlockend. Das klingt verlockend. Finde ein überwurrtes Gewächshaus. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Ich werde jetzt offscreen einmal hier den Urzustand wiederherstellen und mal gucken, dass wir das Luftschiff eventuell erweitern, damit es mehr tragen kann, damit ich ja auch die Wände wieder reinziehen kann. Und dann erkunden wir das Gewächshaus. Zwischenzeitlich muss ich natürlich auch was essen und was trinken, aber das kriegen wir auch noch hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.